So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, der Hannes sitzt auf dem Sofa. Moin. Der Hannes sagt Moin. Wir gucken eigentlich ein bisschen AEW gerade. Wir sind schon wieder hacke dicht, weil wir haben heute schon wieder 10.000 Tastings aufgenommen. Mit scharfen Chili-Soßen, mit Biers, mit anderen Sachen, mit Alge, mit hin und her. Morgen ist sein Geburtstagswochenende, beginnt und alles. Und Niantic lässt uns keine Ruhe und haut jetzt natürlich, direkt jetzt, als ob an diesem Wochenende der Schlüpftag wäre, die Info für den Schlüpftag raus, obwohl der ja erst in einer Woche dann ist. Aber noch schlimmer ist ja nur, dass sie dann schon die Abenteuerwoche angekündigt haben, die erst in gefühlt 100 Jahren ist. Und das immer so weit voraus, dass dann gar keiner mehr durchblickt, wenn es dann so weit ist. Heißt, ach, das ist da heute, das habe ich doch total vergessen, weil die Info kam doch schon vor 5 Jahren. Ich verstehe das bei Niantic irgendwie nicht, wie die das da machen und wann die was wo ankündigen. Dann kündigt doch einfach das an, 2-3 Tage davor, dass man weiß, oh, in 2-3 Tagen, dann hat man trotzdem doch Zeit, sich vorzubereiten. Und was dann angekündigt wird, ist für mich eigentlich ein Albtraum. Ich muss es gleich dazu sagen, das soll jetzt neu, eine neue Reihe, ein neues Format sozusagen. Pass bloß auf, dass der Nisch den Döner isst. Nee, ich freue mich auf. Es gibt ja Raid Days, es gibt Community Days, es gibt Forschungstage, es gibt ja so vieles. Aber dass jetzt auch noch Schlüpftage offiziell eingeführt werden sollen in Pokémon Go, da kommt mir der ganze Mock hoch. Also, während ja an Community Days du draußen rumläufst und ein bestimmtes Pokémon, was von mir als Spawn fangen kannst, mit der Höhe der Shiny-Rate völlig kostenlos und ein paar Stops drehst und Spaß hast mit anderen Leuten und so, alles hin und her. Warum Schlüpftag? Heißt einfach nur, hey, gebt uns euer Geld und wer nicht? Also, ich weiß nicht, vielleicht ist auch, ich bin total jetzt wegen dem Ganzen und so, aber das heißt eigentlich, kauft euch ganz viele Brutmaschinen, brütet ganz viele Eier. Wir haben extra kleine Eier, damit die schneller ausgebrütet sind, dass die Brutmaschinen schneller verbraucht sind, dass ihr möglichst schnell wieder noch mehr Brutmaschinen wieder nachkaufen müsst und dann wieder bezahlen müsst. Und dann habt ihr aber nur drei Stunden Zeit. Schafft ihr es also, in den drei Stunden möglichst viel Geld auszugeben? Also, das ist doch das übersetzt so. Wie viel Geld schafft ihr es, in diesen drei Stunden auszugeben? Los, wir sind gespannt auf eure Ergebnisse. Das klingt schon so falsch, das klingt schon so frech. Und dann packen sie gute Boxen mit guten Angeboten nicht normal in den Ingame-Shop rein, sondern verstecken das irgendwo in einem Webshop, Webstore, was nicht mal jeder auf dem Schirm hat oder manche gar keinen Zugriff haben oder was weiß ich, keine Ahnung. Also, das klingt alles so richtig falsch. Riolu weiht ein neues Pokémon-Go-Event ein, den Schlüpftag. Trainer, wir haben großartige Neuigkeiten, das Wellenspiel-Pokémon Riolu. Warum Wellenspiel? Keine Ahnung. Steht beim bevorstehenden Riolu-Schlüpftag im Mittelpunkt. Doch was ist ein Schlüpftag überhaupt? Und wie könnt ihr daran teilnehmen? Ja, liest weiter. Riolu-Schlüpftag, Samstag, der 22. Juli. Am Sonntag ist der 16.07., das ist mein Geburtstag. Und eine Woche später ist dann das große Desaster in Pokémon Go. Denn ihr habt drei Stunden Zeit am Samstag, dem 22. Juli, von 14 bis 17 Uhr möglichst viel Geld auszugeben, um Riolu zu bekommen. Pokémon des Tages, Riolu schlüpft häufiger aus 2 Kilometer Eiern. Außerdem ist die Chance erhöht, ein schillerndes Riolu auszubrühen. So, das ist Riolu. Da ist ein Schein die Zeichen. Was ist ein Schlüpftag? Wir müssen es euch nochmal unter die Nase reiben. Bei Schlüpftagen dreht sich genau wie bei Community Days, Forschungstagen oder Raid-Tagen alles um ein bestimmtes Pokémon. Bei diesem Event geht es darum, fleißig Eier auszubrüden. Dabei entsteht eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Event Pokémon aus 2 Kilometer Eiern schlüpft. Heißt das? Das ist nicht mal garantiert in dem Ei drin, sondern es besteht nur eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das drin ist, aber eigentlich sind auch noch andere Pokémon in diesen 2 Kilometer Eiern im Pool vorhanden oder wie? Auch die Chance auf ein schillerndes Exemplar dieses Pokémon ist erhöht. Ai, ai, ai. Wie komplett geistig zurückgeblieben einfach. Ai, ai, ai. Beim ersten Schlüpftag steht das Wellenspiel-Pokémon Riolu im Mittelpunkt. Lasst die Brutmaschinen heiß laufen und die Kassen klingeln. Wie viele Riolu könnt ihr in 3 Stunden ausbrüten? Wie viel Kohle werdet ihr uns einbringen? Event Boni, erhöhte Chance, ein schillerndes Riolu auszubrüden. Doppelter Schlüpfstaub, mehr 2 Kilometer Eier von Pokestops. Jetzt haben sich viele Leute gewünscht, bringt doch auch bitte noch so einen Brüt-Distanz-Bonus rein. Jetzt weiß man gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil wenn ihr nicht 2 Kilometer laufen müsst, um ein 2 Kilometer Ei zu brüten, sondern vielleicht nur 500 Meter, dann sind die Brutmaschinen ja noch schneller verbraucht und ihr müsst noch schneller, noch eher wieder Brutmaschinen nachkaufen und kauft also in den 3 Stunden mehr Brutmaschinen und gebt mehr Geld aus, als wenn ihr wirklich 2 Kilometer braucht, um das Ei zu brüten. Also wenn der Yannick diesen Bonus einführt, könnte man ja wieder sagen, das ist um noch mehr Geld zu machen. Feldforschung. Wenn ihr die Fotoscheiben von Pokestops dreht, könnt ihr Aufgaben für die begrenzte Forschung erhalten. Schließt diese ab, um Bonbons, Staub, Bären, Bälle und EP zu erhalten. Befristete Forschung. Während des Events läuft eine befristete Forschung, für deren Abschluss ihr eine super Brutmaschine erhaltet. Eine. Die befristete Forschung endet jedoch mit dem Event. Ihr müsst die Aufgaben abschließen, um die Belohnungen abzuholen, bevor das Event am Samstag um 17 Uhr endet. Dann steht das noch da mit dem Bundle zum Riolo-Schlüpftag im Webstore. Aber ja, ich habe noch nichts im Webstore gekauft. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Und jetzt Riolo, für mich persönlich, bietet das ganze Event nichts. Riolo ist schon so lange im Spiel. Bei so vielen Events könnt ihr Riolo bekommen. Wo ihr auch mit der unendlichen Brutmaschine einfach brüten könnt, die Chance habt, Riolo zu bekommen, auch Shiny zu bekommen, auch ein Hunderter zu bekommen, Bonbons zu bekommen, XL zu bekommen. Dann gab es so viele Oster-Events, wo besondere Pokémon in den 2-Kilometer-Eiern waren. Das war Shiny, das war Shiny, das war Shiny, das hat Kostüm, Riolo war mehr drin, überhaupt alles. So oft konnte man die Brutmaschine anwerfen, um nicht nur eben auf Suche nach einem Pokémon, sondern gleich nach 5 verschiedenen Pokémon zu sein, sodass man viel mehr kriegt, als halt nur das eine. Wer natürlich sagt, ich will nur das eine, und mich interessiert auch der Rest nicht, der freut sich natürlich, dass gefühlt vermehrt jetzt dieses eine Pokémon da drin ist. Wer sich das also erkaufen möchte, der kann hier zuschlagen. Man könnte genauso gut sagen, nehmt einfach 50 Euro in die Hand, geht bei Ebay-Kleinanzeigen hin, guckt mal Shiny, Riolo, und da gibt es bestimmt irgendwelche zwielichtigen Gestalten, die verkaufen euch ein Shiny, Riolo für 50 Euro im Internet, dann habt ihr für 50 Euro garantiert ein Shiny, Riolo. Oder ihr buddert 50 Euro in Brutmaschinen rein und habt vielleicht dann trotzdem noch keins und ärgert euch und habt total den Stress und überhaupt. Natürlich selbst ist der Mann, es ist immer schöner, wenn man selbst was ausbrütet, was bekommt, was sich ergattert, aber ich, weiß ich nicht, ich sehe das Ganze trotzdem skeptisch, weil es ist ja nicht neu, ein neues Pokémon, was eingeführt wird mit einem Schlüpftag. Die Raid Days haben immer irgendwie so einen besonderen Glanz gehabt, gerade die letzten Raid Days waren so ein Pokémon, was es vorher noch gar nicht gab, wurde bei einem Raid Day drei Stunden in die Raids gepackt, mit Shiny-Einführung direkt. Ihr habt euch da drauf gestürzt und das ist in dem Moment einfach was Seltenes geblieben. Riolo gibt es gefühlt schon immer im Spiel, schon immer als Shiny, schon immer dann vermehrt bei den ganzen Events. Jetzt extra ein Schlüpftag, weiß ich nicht. Kann ich mich gar nicht so drüber freuen, vor allem, weil wir alle wissen, Mega Lucario wird kommen, Lucario wird also irgendwann in den Raids stehen, kann dann auch Shiny sein, ihr könnt da auch EV bekommen, ihr könnt Bonbons bekommen, ihr könnt XL bekommen, ihr habt gleich die Weiterentwicklung, also das bietet auch so vieles. Muss man dann jetzt auf gut Glück brüten, wenn man gezielt raiden kann. Bei anderen Events ist das sogar in Habitaten vertreten und ihr könnt Riolo, beziehungsweise in eigenen Lucario, in Habitaten fangen, bekommen, gezielt, also alles. Ich rate davon ab, wenn ihr sagt, ach egal, ich nehme alles mit, ich nehme alles mit, ich nehme alles Geld, was ich kriege in Pokémon Go rein, dann freut ihr euch auf dieses Event. Wer sagt, der ist so free to play und hat noch gar kein Riolo oder noch gar kein Shiny, der kann die Chance hier nutzen. Mich fuckt das Ganze leider ein bisschen ab. Ich finde das irgendwie total merkwürdig, vor allem, wenn man weiß, dass dann noch mehr kommt, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und irgendwo es halt einfach wieder nur um die Kohle geht. Community Day kann ich nichts zu sagen. Ich finde beim Community Day kein einziges Negatives, äh, einen Grund, den ich nennen könnte, weil das ist ja alles einfach so spielbar aus Spaß. Aber hier wird wieder gelockt, du hast wieder dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht diese Brutmaschinen kaufe und benutze, dann verpasse ich was. Also muss ich gefühlt, werde ich genötigt dazu, dass ich doch Geld investieren muss für dieses Spiel. Und eigentlich soll es trotzdem frei spielbar sein. Man hat seinen freien Raid Pass, man hat seine freie Maschine, man kann Pokémon fangen, kostenlos, überall mit Bällen, die an den Stops so verfügbar sind. Aber das gibt einem immer wieder das Gefühl, du kannst nur was erreichen, wenn du Geld da reinsteckst. Und das finde ich ist nicht so schön, dieses Gefühl. Habt ihr Ziele, werdet ihr das, werdet ihr den Schlüpftag spielen? Habt ihr schon einen Riolu? Habt ihr einen Hunderter? Habt ihr einen Shiny? Braucht ihr doch irgendwas? Was sind eure Ziele? Ich werde mit der unendlichen Brutmaschine vielleicht mal ein 2km Ei brüten, aber kann sein, so wie es bei mir einmal aussieht, dass alles voll ist mit 12ern. Ich mit der unendlichen ein 12er reinlege und in den 3 Stunden ist das eine 12er Ei vielleicht ausgebrütet und ich kann gar kein 2km Ei wegbrüten, außer ich kaufe mir ich kaufe mir Brutmaschinen, packe alle 12er rein, dann sind die alle weg, vorher schon und starte ohne Eier in das Event rein, aber möchte ich eigentlich nicht. Hab ich wieder das Gefühl, ich verpasse was, aber egal, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses. Tschüss Hannes. Tschüss. Schläft schon wieder. Tschüss Hannes.